Yo, yo, was geht ab? Da ist euer Mann K1 und ich wollte euch bloß sagen, bald findet unsere Release Party statt. Und zwar am 4.8. in Zürich, am besten Club in der Schweiz, Club Flamingo. Okay, ich bin nicht allein, ich habe meinen Brother From Another Mother Patrick Miller mitgebracht. Hey, what's up, what's up? Da ist Zürich City. Hey, what's up, Momo? Flamingo. Vierter Achter sind wir im Flamingo, der beste Club von ganz Zürich. Natürlich Dancing in London Remix, unser Release. Ich hoffe, es sind alle mit dabei. Patrick Miller, K1. Shit! Ihr seid eingeladen, ihr habt es gerade gehört, unsere Release Party. Dancing in London, okay? Ihr habt auf das Video gewartet, ihr werdet es sehen. Wie gesagt, kommt alle und feiern mit uns in der Schweiz. Club Flamingo, 4.8. K1 und Patrick White Party Miller. Peace!